Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bitte nicht so viel lachen, weil ich muss immer noch aufs Klo. Telefon! Jetzt klingelt es aber noch. Hey, Tresengirl! Okay. Nee, ich bin nichts eingetragen. Wir haben aber tatsächlich um 19 Uhr ... Einmal da. Ab 19.30 Uhr. Werbung. Dann bitte über unsere Homepage machen. Da ist so ein Kontaktformular. Wenn du direkt bei uns auf der Homepage bist, ist so ein rot hinterlegtes Kontaktformular. Und da dann bitte einmal alles eintragen. Und dann beantwortet es die Kollegin morgen. Und, genau. Ich arbeite morgen nicht. Dann vielen Dank und noch einen schönen Abend. Danke. Tja, Zeitpause. Sollte Abflöcher, Alter? Okay. Auf Zeit. Ach, süß. Nicht so stürmisch. Warte mal noch mal. Es ist ... Fuck, man sieht mich in der Ding. Das ist scheiße so. Warte, ich stehe hier. Ich habe ja eh von hier gefilmt. Der beste Fakadfahrer? Na super. Dann lass uns essen gehen. Los. Echt jetzt? Warte. Ich habe noch einen. Den müssen wir noch entgegen ... Den müssen wir noch dazu bringen. Warte. Ich bin schon mal hier gefahren. Ist dein erstes Mal hier? Ja, ja. Ich war schon einmal da, aber das ... Was? Was? Ja. Das wird nix. Wenn wir uns unterhalten ... Wenn wir uns unterhalten ... Das geht nicht, wenn ich dich angucke. Das geht nicht, wenn ich dich angucke. Das geht echt nicht. Ich bin schon mal hier. Jetzt warten. Bist du schon das erste Mal hier gefahren? Oder bist du schon öfters hier gewesen? Ja, ich habe ... Ah, das ist schon mal ... Was? Das wird nix, bitte. Das wird das beste Video. Wir müssen diese Konversation ... Wir müssen es weglassen. Das geht nicht. Wir machen das anders. Du musst dich da vorne hinstellen und es ist nur, ich spiele die drei Pässe. Nein, wir müssen das so machen, das wird viel lustiger. Ist ja jetzt schon lustig. Wo bleibt denn der? Ist das dein erstes Mal, wo du hier fährst? Oder bist du schon öfters hier gewesen? Ich hab schon mal... Jetzt mach ich nur wegen dir gelachen. Versuch einfach nur zu sagen, als ob du es verstanden hast. Und dann alle anderen. Aber wenn ich ihn in andere Positionen bin, dann mach ich so... Ja, das ist auch gut. Okay, nochmal. Ich glaube, man sieht die Tränen in meinem Auge. Echt? Egal. Bist du ready? Nein, nicht wirklich. Ich auch nicht. Bist du das erste Mal hier? Wo bleibt der? Ich dachte, das geht los jetzt. Ich dachte, das geht los jetzt. Das ist so gut. Wir müssen es nur einmal schaffen. Das gibt richtig viel Outtake-Material. Okay. Nochmal. Ja, fang auf zu lachen. Warte. Ich muss mich angespannter hinsetzen. Wo bleibt der, Alter? Ich dachte, das geht los jetzt. Bist du dein erstes Mal hier? Oder bist du schon öfters... Hey, Mann! Ich guck dich nicht an. Ich red einfach vor mich her so. Okay, vielleicht ist es dann einfacher. Ich glaube nicht. Hey, Leute. Ohne Wissen. Alles wegen ihm. Johoho. Der erste war meine Scheuer. Alles alles aus deinem Konto. Okay. Das gibt es nicht. Ja, das gibt es echt nicht. Wo bleibt der? Das geht los. Bist du das erste Mal hier? Oder bist du schon öfters hier gefangen? Ja, ich habe schon mal wegen... Der war wegen dir. Ich habe mich echt zusammengerissen. Ich habe mich auf den Lippen gebissen. Das nervt. Nein, das ist doch witzig. Ja, aber jetzt... Wie lang noch? Okay, mach jetzt. Jetzt wird es. Okay, jetzt wird es. Alter, wo bleibt der? Ich dachte, es geht los. Ja, also... Ich habe auch schon mal... Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Warte, wir machen nochmal. Das klappt nicht für euch zwei. Komm rein und mach Tür zu oder bleib draußen. Ist das dein erstes Mal, wo du hier fährst? Oder warst du schon öfter hier? Ja, ich habe schon mal wegen... ...gesoffen. Mann! Ey, das war wirklich... Weißt du, wir müssen... Ich muss absichtlich dummes Zeug reden. Ja? Okay, nochmal. Tür zu, bitte. Ja, danke. Jetzt... Ja, ja. Jetzt... Jetzt hören wir es. Also, mach. Okay. Warte, wo bleibt der? Ich dachte, es geht los. Die haben doch gesagt, jetzt ist Einweisung. Also, ich verstehe es nicht. Bist du das erste Mal hier oder schon öfters gefahren? Ja. Ich habe schon mal wegen... ...Ist ge... Da. Aha, okay. Ja. Alter... Das war hier so laufen und fast runter. Okay, warte, wir machen direkt da weiter, wir machen direkt da weiter. Ja krass, Alter, und waren deine Rundenzeiten gut dann, wo du hier gefahren bist, oder? Ja, ich hab so wegen 3... 83,4... 3... Hä? Du hast doch gefragt wegen Rundenzeiten, hab ich gesagt... Ah, okay. Und wie war deine Rundenzeit da so? Oh, irgendwie gewickt durch, ja. Ah, okay. War gut. Okay, weiter, warte. Pst, warte. Okay. Ja, dann hast du ja nicht weit hier, das ist ja geil. Wie oft fährst du dann hier? Mach mal den schnell. Ja krass, Alter, wie weit hast du hier? Also wie oft fährst du dann hier? Ja. Warum? Einfach nur ja. Okay. Mach nochmal, nicht lang. Mhm. Warte. Also ich hab mich gefangen jetzt. Mhm. Du auch? Mhm. Okay. Ja krass, das ist krass, dass du hier so nah wohnst. Wie oft fährst du dann so... Mach schnell, mach schnell. Okay. Ja krass, Alter, hast du ja nicht weit hierher, wie oft fährst du dann hier so auf der Strecke? Mhm, genau. Ah, okay. Ja, das ist schon oft. Mhm. Okay, gut. Jetzt müssen wir aber den anderen reinschneiden. Okay. Das ist zu. Nein, das nehmen wir, das nehmen wir. Warte, warte. Mach nochmal. Lauf hin. Und dann sagst du, ich geh wieder raus, wir müssen zuspinnen. Tschüss. Ich muss raus. Geh mal außen, geh mal außen. Was ist denn mit Carsten los? Nicht!